hallo ihr lieben willkommen zu einem neuen video von mir heute gibt es natürlich wie auch sonst ein unboxing und zwar kam heute noch ein diamond painting an und ich würde sagen wir packen es einmal zusammen aus man sieht auch schon was es ist und man sieht schon es ist ein teil wird bestellt habe ich für aliexpress preis weil ich jetzt gerade gar nicht mehr so genau weil ich so teuer 3 euro 4 euro vielleicht auch etwas weniger so fangen wir direkt mit der legende einmal an faden gibt es zubehör schauen uns gleich an das bild ist 30 x 40 cm groß wie gesagt ein teilbild und ihr seht schon was es ist eine eine frau mit schmetterlingen und hier die leinwand nicht ganz so dick aber okay wir gerne haben wir zwei einmal hier einmal hier und hier steht zwar dmc aber das sind keine dmc nummern meine 001 gibt es soweit ich weiß nicht wobei das auch keine normalen steinchen sind das zeige ich euch gleich klee kraft ist sehr gut der druck ist ziemlich klar wie ich finde die symbole sind gut zu erkennen müssen jetzt auch nicht so super viele symbole ja also es ist ein bild wo man nicht lange daran brauchen wird und ich würde sagen schauen wir uns mal das geht an das länger mal zur seite das typische standard mit einem grünen schädchen einem kleinen wachs plättchen einem rosa pink fahrenden stift und einer plastik pinzette von denen ich rein gar nichts halte das heißt die lande bei mir gleich in der tonne und das sind die steinchen da das nicht viele sind werden wir noch einmal direkt durchziehen elf stück habe ich gesagt müssen es sein und dieses sogar extra sehe ich schon das ist die nummer elf und das ist die nummer zehn 18 9 10 11 fast also und ich hole euch mal ran das sind nämlich extra so funkelnde steinchen strass also gar nicht ob wir das künstler kann qualität sieht hier hier sind die pereste habe ich gerade gesehen hier ist einst dass das sind aber das sehen kann stoppen ganz kleines bisschen eine kleine nase an ansonsten sehen die steine soweit ganz gut aus finde ich so und die genau die sind ein bisschen anders die proche richtig schön und die sind größer wenn wir mal schauen wo die hinkommen und zwar ist das hier das letzte die nummer elf und was ist dieser kreis dieser rote art hier sieht man es an den schmetterling quasi hier 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 und hier und hier da kommen die hin ja ein sehr schönes motiv ich hatte nach einem motiv gesucht was hat einfach mal andere steine hat also so ich sage mal so besondere steine und ich finde das sieht ganz gut aus der druck ist wirklich gut zu erkennen auch das gesamtbild ich bin sehr gespannt wie es aussieht wenn es fertig ist ich könnte mir das sehr gut in meinem schlafzimmer vorstellen wenn es fertig ist aber das werdet ihr dann denke ich mal in irgendeinem video sehen da werde ich euch dann noch mal die bilder einblenden welche ich dann noch fertig gemacht hat es wird auch noch ein video kommen vielleicht ist das auch schon dann online wenn ihr das hier seht wo ich euch alle meine bilder zeige die fertig sind weil ich arbeite jetzt glaube ich am sechsten bild ein paar habe ich noch nicht machen muss es als aktuell ein größeres projekt was ich gerade mache das ist ein 40 x 50 cm als vollbild das wird ein bisschen dauern und ansonsten ja würde ich sagen wenn euch das video gefallen hat würde ich mich sehr über einen daumen nach oben freuen lasst mir gerne auch ein abo da und dann würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten mal tschüss